Cheat Day Cheat Day fängt an. Aber richtig. Das ist indonesisch, du wusstest. BGM, du musst den Leuten sagen, wo es jetzt hingeht. Ja, ins KFC können wir ja nicht. Ich muss ja Halal essen. Er könnte, aber er verfolgt mich heute. Ich bin gebunden. Deswegen weichen wir aus zu unserem arabischen Freund. Hat neu aufgemacht. Samara Chicken. Ja, und da gibt es auch die selbe Auswahl, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch besser. Günstiger. Deshalb, günstiger. Wir haben kein Auto mehr. Sprit ist leer. Nee, geht noch, geht noch. Wir können ja nicht mit dem Auto reinfahren. Stimmt, stimmt. Das ist das Problem. Okay. Peace out. Jetzt White Samaras Chicken. Das ist die Wahrheit. Gucken wir mal auf seinen Teller. Soßen, Burger, alles da. Und los geht's, wa? Los geht die Party. Ja. Guten Abend mit dir. Ich bereue's morgen. Ich muss. Ich bereue's morgen. Aber wir müssen's essen. Auf geht's! Zuhause. Have a good one. Tja. Tja.